Ich habe gehört, Sie haben eine tolle Geschichte zu erzählen. Schauen wir mal, wo fange ich an? Ich verbrachte meine Kindheit an einem der herrlichsten Orte der Welt. Es war eine Zeit voller Wunder, die ich nie vergessen werde. Aber als meine Familie sich entschloss, mit unserem Zoo ans andere Ende der Welt zu ziehen, begann die aufregendste Reise meines Lebens. Diesen Teil meiner Geschichte werden Sie mir kaum glauben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017